Prof. Lux, wir sind hier beim 40. San Antonio Breast Cancer Symposium 2017 und gestern gab es interessante Ergebnisse der Mona Lisa 7 Studie, wo es um CDK 4,6 Inhibitor geht. Was wurde da berichtet? Ja, vielen Dank für die Frage, weil die ist nicht nur klinisch für unsere Patientinnen sehr wichtig, sondern auch aktuell leider aus gesundheitspolitischer Sicht auch. Weil der CDK 4,6 Inhibitor bei hormonpositiven Mammakarzinom-Patienten der Standard geworden ist. Aber da war immer die Frage, wie ist es mit Frauen vor den Wechseljahren? Dürfen die diese Therapie haben? Wie ist da die Datenlage? Es gab zwar die sogenannte Paloma-3-Studie und in der Paloma-3-Studie wurde Palvozyklip mit Fulvestrant eingesetzt plus GnRH bei Prämenopausalen. Aber diese Studie wurde ja vom GbA, Gemeinsamen Bundesausschuss in Deutschland, erstmal nicht beachtet, weil sie gesagt haben, das Fulvestrant wurde nicht entsprechend der Zulassung gegeben. Jetzt kam hier in San Antonio die Mona-Lisa-Studie. Im Rahmen dieser Studie haben Patienten prämenopausal alle Frauen vor den Wechseljahren hormonpositiv. Die Therapie bekommen entweder mit Tamoxifen plus den CDK 4,6 Inhibitor Rebozyklip oder Aromatase-Hemmer mit dem CDK 4,6 Inhibitor. Und die Daten waren beeindruckend. Sie zeigen sich identisch wie das Gesamtkollektiv auch bei den postmenopausalen Frauen. In der zentralen Bewertung sogar, wo unabhängige Gutachter sich die Bilder nochmal angeschaut haben, sogar noch ein Stück besser. Das heißt, eine fast 60%ige Verbesserung des progressionsfreien Überlebens, also die Zeit, bis der Tumor fortschreitet, um 60% verbessert. Und das bei bekannten Nebenwirkungsprofil, sodass wir hier in dem Fall endlich auch eine Datenlage für die Frau vor den Wechseljahren haben, die leider in vielen Studien nicht beachtet werden und das schafft uns Sicherheit im klinischen Umgang. Nun sprechen wir ja hier von der metastasierten Situation. 60% ist ja aber der Mittelwert. Das heißt, wir haben auch Patientinnen, die sehr viel länger ohne einem Voranschreiten der Erkrankung sind, richtig? Genau. Durchschnittlich wurde die Zeit bis zum Vortreiten des Tumors auch hier um ungefähr ein Jahr verlängert. Aber da sind natürlich Patienten auch dabei, das ist ein Durchschnitt, die vielleicht auch zwei Jahre oder noch länger unter dieser Therapie stabil bleiben. Wenn Sie jetzt sagen, unter dem bekannten Nebenwirkungsprofil, was müssen wir darunter verstehen? Womit muss eine Patientin rechnen, wenn sie so eine Therapie bekäme? Die klassischen Nebenwirkungen vom Rebozyklip sind Abfall der weißen Blutkörperchen, die sogenannte Neutropenie, wobei wir auch gelernt haben in den letzten Jahren, dass das nicht wie bei einer Chemotherapie zu einem ganz hohen Infektrisiko, der sogenannten Fibrilleneutropenie führt, sondern dass er ein Laborwert ist, den die Patientin nicht spürt. Man muss ihn natürlich kontrollieren, um, falls die Werte sehr stark abfallen, auch eine Pause oder eine Reduktion der Dosis durchzuführen. Aber es sind Nebenwirkungen, die die Patientin nicht in ihrem täglichen Leben fühlt. Also die Lebensqualität ist hervorragend im Vergleich zu einer Chemotherapie. Weitere klassische Nebenwirkungen wären zum Beispiel auch mal Erhöhung der Leberwerte. Aber auch das sieht man nur im Labor und spürt die Patientin nicht. Das einzige, was die Patientin etwas häufiger mal spüren kann, ist Müdigkeit oder Abgeschlagenheit. Das kann schon mal vorkommen, ist aber aus meiner Sicht im Vergleich zu einer Chemotherapie auch eine Welt dazwischen. Jetzt kenne ich aus Deutschland die Diskussion, dass eben bei so vielen Patientinnen die Dosis reduziert werden muss. Jetzt haben wir aber gestern bei der Mona Lisa gesehen, dass es bei fast allen nur ein einziges Mal war, also bei einem einzigen Zyklus. Kann man dann davon ausgehen, dass das ein irrelevanter Punkt ist? Es ist, ob man jetzt von Dosisreduktion spricht, in meiner Klinik spreche ich gerne mit meinen Patienten und sage eher Dosisfindung. Das klingt natürlich positiver. Und wir haben jetzt aus mehreren Studien, auch hier in San Antonio, wurde nochmal eine Analyse zum Pibuziklip auch präsentiert, ob eine Dosisreduktion oder mal eine Pause dazu führt, dass die Patientinnen einen schlechteren Verlauf haben. Und da zeigte sich sogar in dem Fall das Gegenteil. Die Patienten mit Dosisreduktion und Verlängerung hatten unter dem Pibuziklip eine längere Zeit bis zur Progression. Das schafft Sicherheit und wird sicherlich noch durch weitere Studien bestätigt. Aber es gibt keinen Anhalt dafür, dass es eine schlechtere Wirksamkeit ist. Deshalb aus meiner Sicht eine individuelle Dosisfindung für jede Patientin die richtige Dosis, dass wir Effektivität haben, aber auf der anderen Seite auch wenig Nebenwirkungen. Vielen herzlichen Dank.